Die eine Million ist zumindest für die Marke BILD fest im Visier. Eine Million Abonnenten. Diese magische Zahl will Axel Springer in den nächsten Jahren für seine Bezahlangebote knacken. Gelingen soll das vor allem mit dem Premium-Sportrecht Fußball-Bundesliga, welche die BILD ab dieser Saison für die kommenden vier Jahre erworben hat. Wie der Weg zur Million verlaufen soll und wie BILD die Bundesliga-Berichterstattung auf ein komplett neues Level heben möchte, das erfährst du heute hier im Podcast. Und damit herzlich willkommen beim Sportsmaniac-Podcast. Mein Name ist Daniel Sprögel und dieser Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios. Meine heutigen Gäste sind Carly Underberg, stellvertretender Chefredakteur Sport bei BILD und SportBILD und Nico Glasmacher, Managing Director Sports bei BILD. Im Podcast sprechen wir über die für alle Beteiligten intensive Phase der Rechte-Ausschreibung inmitten der Pandemie, welche digitalen Rechte-Pakete die BILD erworben hat, warum dabei die linearen Rechte trotz des neuen linearen TV-Senders von BILD nicht interessant waren, was das innovative Sendekonzept der Sportschau und Sky voraus hat, welche Experten, Moderatoren, Moderatorinnen und Werbepartner bereits mit an Bord sind und warum es sich für Axel Springer letztendlich lohnt, mehrere Millionen pro Jahr für exklusive Sportrechte auszugeben. Bevor es losgeht mit dem Podcast, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner AR Ready. Die kennt ihr ja bereits und gemeinsam mit EMI Kaffeelatte, dem Hauptsponsor des Schweizer Beachvolleyball-Top-Teams Hüberli-Betschart hat AR Ready einen interaktiven Augmented Reality Case entwickelt. Mit einem Instagram-Facefilter können Fans gegen Tanja Hüberli und Nina Betschart antreten und müssen diese in einer Partie Beachvolleyball besiegen. Überstehen die Fans insgesamt fünf Runden, gewinnen sie das Match und werden mit einer Siegermedaille sowie einer Teilnahmemmöglichkeit an einem Gewinnspiel belohnt. Das Besondere, die Experience geht über die klassische Facefilter-Funktion hinaus und beinhaltet interaktive Gaming-Features, welches den Fans ein sportlich-spielerisches und digitales Markenerlebnis beschert. Auf sportsmaniac.de slash ARReady-EMI könnt ihr noch mehr über die Vorteile und Möglichkeiten von Augmented Reality im Sportmarketing erfahren und euch von den brandaktuellen Cases inspirieren lassen. Alle Infos gibt es zudem nochmal hier in den Shownotes. Vielen Dank an AR Ready für die Unterstützung unseres Podcasts und jetzt viel Spaß mit Carly Underberg und Nico Glasmacher von BILD hier in Folge 285 des Sportsmaniac-Podcast. Herzlich willkommen hier im Sportsmaniac-Podcast. Carly und Nico, hallo. Servus. Hi Daniel, servus. Hi, wir sitzen heute hier zusammen im Podcast-Studio von BILD im Axel-Springer-Haus und wir haben die Fangesänge noch im Kopf, it's coming home, schalte gestern durch die Arena im Wembley-Stadion im Halbfinale England gegen Dänemark. It's coming home kann man auch sagen zu unserem heutigen Thema, denn die Bundesliga kommt zurück zu BILD. Saison 2021, 2022 geht es wieder los. Ihr habt ein rechte Paket oder zwei rechte Pakete gekauft, über die wir heute sprechen wollen, über die Vermarktungsphase, über jetzt auch die Vermarktung an die Partner, über die redaktionelle Aufbereitung der Saison. Und wenn die Folge veröffentlicht wird, ist es zwei Tage vor Bundesliga-Start, also Zweitliga-Start am 23. Juli 2021. Euer ehemaliger Chef, der Kai Diekmann, hat mal gesagt, 2015 auf dem Spobis, BILD ohne Bundesliga wäre nicht denkbar, eher gibt es McDonalds ohne den Big Mac. Jetzt zwei Tage vor Start. Carly, du musst besonders ein Kribbeln in den Füßen haben, denn dein HSV spielt gegen Schalke 04 am ersten Spieltag. Nico, ja auch klarer Wettbewerbsvorteil, weil der HSV ist ja mittlerweile ein gestandener Zweitligist. Schalke muss sich erstmal an die Lüfte der Niederungen da gewöhnen. Ja, eigentlich ist es traurig, wenn man sich vorstellt, dass das der Auftakt zur Zweitligasaison ist, aber die zweite Liga wird so geil wie noch nie. Und auch wir freuen uns sehr auf die zweite Liga. Ihr profitiert ja auch davon durch das neue Bundesligerecht, das ihr erworben habt. Darüber sprechen wir gleich. Nico, du bist auch HSV-Fan, habe ich jetzt gerade rausgehört. Was schlägt denn in deiner Brust, wenn du jetzt an dem ersten Spieltag hier im Büro sitzt und die Sendung vom Stapel läuft? Denkst du dann an die Vermarktung und ob alle Partner glücklich sind? Oder denkst du an, okay, HSV, Punkte im ersten Spiel? Du Mann, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe ehrlicherweise, was die kommende Saison betrifft, gar keine Erwartung mehr. Das war in den vorherigen Jahren anders. Da bin ich immer fest davon ausgegangen, dass der HSV doch irgendwie den Wiederaufstieg schafft. Und vielleicht klappt es jetzt mal direkt andersrum, dass ich mir gar nichts vornehme und vielleicht die Mannschaft einen dann doch mal überrascht. Nee, aber um zu dem Paket zu kommen, sicherlich. Wir haben uns jetzt irgendwie über ein Jahr akribisch auf das ganze Thema vorbereitet, haben diverse Gespräche geführt, haben Dienstleister gesucht, haben ganz, ganz viel mit den Vermarktungskollegen gesprochen und sind natürlich jetzt extrem aufgeregt und freuen uns einfach darauf, dass es losgeht. Und sicherlich werden wir ein bisschen aufgeregt sein. Das ist, glaube ich, ganz normal bei so einem Start. Aber wir sind zuversichtlich, dass das gut über die Bühne geht. Wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass wir mehr Abonnenten neu dazugewinnen, als der HSV Punkte sammeln wird in der Saison. Also ich glaube, da sind wir uns ziemlich sicher. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Vielleicht sogar schon am ersten Spieltag. Möglicherweise. Ist das auch das Hauptziel für euch, mit der ganzen Show und mit dem ganzen Thema Bundesliga BILD, neue Abonnenten für BILD Plus und BILD Plus zu sammeln? Also es gibt verschiedene Ziele, die wir verfolgen. Eins ist natürlich ganz klar, dass wir das BILD Plus Thema weiter stärken wollen. Wir sind ja mittlerweile da wirklich sehr, sehr stark unterwegs, haben alleine bei BILD ungefähr 540.000 zahlende Abonnenten. Bei der Welt kommen nochmal 160.000 oder knapp 150.000 dazu. Also wir sind so insgesamt bei 700.000. Das heißt ja, ganz klar, wir wollen neue Kunden dazugewinnen. Wir wollen aber auch was für die eben erwähnten Bestandskunden tun, denn wir glauben, dass das denen natürlich auch sehr, sehr gut gefallen wird, was wir da alles vorhaben. Da wird Carly ja später im weiteren Verlauf des Gesprächs noch drauf eingehen. Wir haben aber natürlich auch extrem ambitionierte Vermarktungsziele, die wir uns gesetzt haben, gemeinsam mit unseren Vermarktern. Und ja, es ist letztendlich ein Zusammenspiel aus Vermarktungs- und Vertriebserlösen. Und ich glaube, wenn wir am Ende der vier Jahre darauf zurückblicken, dann wird das Resümee positiv ausfallen, wenn beide Ziele so eingetreten sind, wie wir es uns vorgestellt haben. Und feiert er dann eine große Party mit siebenstelligen Abonnenten? Die eine Million, auf die du gerade einsprichst, das ist auf jeden Fall das erklärte Ziel. Fünf hatte ich eigentlich vor. Fünf werden wir möglicherweise noch nicht ganz bis 2024 schaffen. Aber genau, die eine Million ist zumindest für die Marke Bild fest im Visier. Und wir freuen uns natürlich da mit unserem extrem spannenden Bundesliga-Projekt beitragen zu können. Wir drehen die Uhr mal ein bisschen zurück. Knapp eineinhalb Jahre zu Anfang 2020. Die Pandemie setzt ein in Europa. Ihr seid gerade kurz davor, über die Bundesliga-Rechte zu sprechen, intern wahrscheinlich schon mittendrin. Die Ausschreibungsphase geht los. Im Sommer habt ihr zugeschlagen, habt zwei Pakete. Das rechte Paket M, über das wir gleich sprechen werden, und das rechte Paket Digital Out of Home, das neue, erworben. Nimm uns doch mal mit in diese Phase, wenn die Ausschreibung losgeht. Was passiert denn hier bei Bild? Welche Köpfe kommen zusammen und über was wird diskutiert? Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit der ganzen Pandemie an. Das war tatsächlich denkbar ungünstig, wie man sich vorstellen kann. Wir haben uns schon lange im Vorfeld damit beschäftigt, waren eigentlich davon ausgegangen, dass es im März losgeht. Und auf einmal kommt diese Pandemie, die mit einer brachialen Gewalt über uns alle eingebrochen ist. Einen bescheideneren Augenblick hätte es eigentlich nicht geben können. Und wir waren uns natürlich auch nicht sicher, wie gehen wir damit um. Es waren Zeiten von völliger Unsicherheit. Und insofern ist es wirklich großartig, dass wir trotzdem das durchziehen konnten, dass der Vorstand auch hinter dem ganzen Projekt stand. Und wie du gerade gesagt hast, am Ende des Tages dann wir in der Lage waren, sogar zwei Pakete zu kaufen. Was das Team angeht, zunächst steht immer da ein Diskurs zwischen Redaktion und uns im Produktmanagement. Wir diskutieren immer, wie können wir die journalistischen Angebote weiter ausbauen und weiter vor allen Dingen auch aufwerten. Und ich glaube, gerade bei dem Paket M ist das ganz klar gegeben, dass man mit einem Paket, wo man direkt nach Spielende einfach für Pluskunden hochexklusiven Content zeigen kann, dass das der Fall ist. Und wenn man eben gemeinschaftlich zu der Erkenntnis kommt, dass das spannend ist, dann gehen irgendwie die Gespräche weiter. Dann wird sehr, sehr schnell mit der Vermarktung gesprochen, um zu gucken, was ist für ein Vermarktungspotenzial dahinter. Wir haben natürlich sehr schnell mit den Pluskollegen gesprochen, um auch nochmal gemeinsam einschätzen zu können, was für Effekte hat es auf die Bestandskunden. Wie viele Neukunden trauen wir uns eigentlich damit zu? Dann ist es natürlich ein sehr, sehr enger Austausch auch mit der Legal-Abteilung, weil hinter diesen ganzen Paketen natürlich sehr, sehr umfangreiche Vertragswerke stehen. Und ja, dann geht es immer weiter, immer mehr. Je weiter das Projekt geht, desto mehr Abteilungen werden irgendwie dazugeholt. Unternehmenskommunikation natürlich irgendwie zum Ende, wenn es darum geht, dass man auch die Erfolgsmeldung irgendwie verkünden kann. Also es ist schon ein sehr, sehr großes, spannendes Gemeinschaftsprojekt. Ja, ergänzend dazu, was halt spannend war, wir wussten natürlich intern schon, dass wir auch ein TV-Sender werden. Das haben wir jetzt vor ein paar Wochen verkündet und wir haben uns dann für ein Recht beworben und es ist ja auch zum Glück bekommen, was digital läuft. Also wir haben den Strang gehabt, redaktionell uns vorzubereiten auf einen TV-Sender hinter den Kulissen und gleichzeitig sind wir jetzt aber auch wieder im digitalen Videobereich. Das war auch schon durchaus spannend und es hätte auch sein können, dass man sich dagegen entscheidet. Zum Glück haben wir alle gemeinsam, Nico hat gerade alle erwähnt, die daran beteiligt sind, uns dann entschieden, nein, für das digitale Wachstum ist das ein perfekter Case und ein super Recht. Und deswegen sind wir wahnsinnig dankbar. Das macht die Arbeitstage nicht gerade kürzer, aber dass wir mit Vollgas ins TV gehen, aber auch zeitgleich eben unsere digitale Videostrategie weiter stärken. Und es zeigt eigentlich, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, wie wichtig einfach hier im Haus Bewegtbild ist. TV ist das eine, aber wir wollen natürlich auch weiter im digitalen Bereich, im Videobereich wachsen. Wir haben im Digital Outer Forum jetzt einen zusätzlichen Ausspielkanal, wo wir weiter Bewegtbild ausspielen können. Das heißt, es ist wirklich Bewegtbild, Bewegtbild, Bewegtbild auf allen Plattformen, egal ob paid oder free. Und das ist eigentlich so das ganz, ganz klare strategische Ziel dahinter. Und dann sitzt ihr zusammen in der ersten Konferenz, Redaktion ist mit dabei, Finanzen, alle, die du aufgezählt hast gerade. Und ihr sagt, okay, wie groß ist unsere Kriegskasse? Was wollen wir bieten? Wie kommt man auf so eine Summe? Ich habe jetzt mal im Vorfeld gelesen, bei Sponsors Data, es sollen am Ende rund 10 Millionen gewesen sein. Könnt ihr gerne kommentieren oder auch nicht. Wer macht da Daumen hoch, Daumen runter, wenn es um die Summen geht? Ja, es ist ein Business Case, der natürlich dahinter liegt, wo man sich die verschiedenen Erlössäulen anguckt. Das sind in dem Fall Vertriebserlöse für unsere Pluskunden. Ganz wichtig, bis zum Eingang auf Bild eingegangen. Wir haben ja mittlerweile vor kurzem auch Bild Plus bei sportbild.de gelauncht. Wir werden zusätzlich ja auch den ganzen Content bei Welt anbieten. Das heißt, wir haben drei verschiedene Marken. Dementsprechend muss man sich dann genau da angucken, was da für Potenziale hinterstecken. Dann gucken wir uns genau das Gleiche für die Vermarktungserlöse an. Da muss man sich die ganzen Kosten genauer angucken. Der größte Block sind natürlich die Lizenzen. Ob es die 10 Millionen sind, kann ich natürlich nicht kommentieren. Dann hat man Produktionskosten. Sehr schlecht informiert. Sehr schlecht informiert, die Kollegen. Immer viele, viele Zahlen im Umlauf. Aber natürlich ist es klar, dass die Lizenzkosten der Hauptkostenblock sind. Dann kommen Produktionskosten dazu. Aber es kommen ja noch weitere Kosten dazu für Marketingaktivitäten etc. Das heißt, man muss wirklich dann alle Positionen sammeln und am Ende des Tages gucken, was kommt unten raus. Unser erklärtes Ziel ist es, auch das ist ja wirklich von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Man hat immer andere strategische Ziele. Unser erklärtes Ziel ist es immer, wir wollen dann mindestens eine schwarze Null schreiben. Wir treten immer an, um wirtschaftlich profitabel agieren zu können. Und dementsprechend kommt am Ende des Tages dann auch die Angebotshöhe raus. Und natürlich auch nochmal total spannend, aus Redaktionssicht ist es uns natürlich auch wichtig, wir können auch nicht immer sagen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, sondern wir müssen auch können. Und das spielte in dem Falle da eben, ich hatte es eben angesprochen, auch mit TV, natürlich auch eine Rolle. Was trauen wir uns zu, redaktionell so hochwertig anzubieten, dass wir deutlich besser sind zu der Zeit, als wir das rechte Paket schon mal hatten. Also, dass wir eine Schippe oben drauflegen können. Und da musst du dich natürlich auch von vornherein schon sehr damit beschäftigen, wer macht das eigentlich, wie viele Leute brauchen wir dafür, was möglicherweise wird in Zukunft da ein bisschen hinten überfallen. Was wir aber an Manpower investieren wollen, um halt eben so ein geiles Produkt an den Markt zu bringen, wie wir jetzt überzeugt sind, dass wir es in zwei Tagen an den Markt bringen. Weil, auch wenn wir später dazu kommen, das wird spektakulär und das gab es in der Form so noch nicht. Und das muss aber gemacht werden von Menschen. Insofern spielte das von Anfang an auch eine große Rolle. Können wir unsere wirren Wünsche und Gedanke, die wir haben, auch tatsächlich umsetzen. Und ja, das kann ich vorwegnehmen, wir können. Ihr habt es ja jetzt mittlerweile verkündet, am 22.08. geht dann der lineare TV-Sender von BILD an den Start. Jetzt war es in der Ausschreibung so, es gab ja noch zwei Pakete, die die Kollegen aus München abgestaubt haben. Sport 1, Paket K, nämlich die Zusammenfassung der Bundesligaspiele am Sonntagvormittag. Und Paket N, die Highlight-Clips im Free-TV am Montag ab 0 Uhr. Überwiegt gerade die Freude über Paket M, das ihr gewonnen habt und Digital Out of Home? Oder ist noch ein weinendes Auge für diese beiden Pakete, was das lineare TV angeht? Also ganz ehrlich, wirklich gar nicht. Und das ist jetzt nicht, weil wir unsere Pakete jetzt irgendwie künstlich hochjubeln wollen, sondern was ist BILD? BILD ist Geschwindigkeit. BILD ist laut. BILD ist schnell. Da können die Kollegen aus München gerne am Montag, aber alles, was du vorher schon wissen musstest im Free-TV, haben wir schon direkt nach Abpfiff dann raus. Also deswegen fanden wir dieses Paket so wahnsinnig spannend, auch aus redaktioneller Sicht. Anders als im rechten Paket davor, was wir damals besessen haben, da waren es 45 Minuten nach Abpfiff. Wir sind jetzt direkt nach Abpfiff, können wir raus. Und das fanden wir so faszinierend, das fanden wir eine so spektakuläre Vorstellung. Ich bin als Fan im Stadion, Abpfiff regt mich gerade noch darüber auf, dass der HSV mal wieder nicht in der 90. den Ausgleich geschossen hat. Und dann kann ich mir auf dem Weg zum Auto oder auf dem Weg zur S-Bahn, kann ich mir das Highlight des Spiels und auch der anderen Partien schon anschauen. Da hatten wir sofort große Fantasie. Das fanden wir super und wollen nicht warten, bis am Montag dann irgendwas freeläuft. Wir haben uns die Pakete angeguckt. Wir haben uns alle Pakete angeguckt. Das muss man so oder so machen, wenn man eine Ausschreibung, man muss eine Ausschreibung ja auch irgendwie lesen können. Man muss antizipieren, was machen die anderen. Das sind ja sehr, sehr viele taktische Überlegungen, die da auch mit einfließen. Und bei dem angesprochenen Paket N ist natürlich auch in unsere Überlegung mit eingeflossen. Dass es eben dreimal vergeben wird, also nicht exklusiv ist. Unser Paket aber wirklich exklusiv ist. Wir sind die Einzigen, die wirklich alle Spiele direkt nach Abpfiff on Demand zeigen können. Das ist ein Riesenvorteil. Das andere von dir angesprochene Paket, das, wir nennen es immer hier das Doppelpass-Paket, haben wir uns auch angeguckt. Auch ein spannendes Paket. Glückwunsch an die Kollegen, dass sie das weitermachen. Das ist, glaube ich, auch für die TV-Landschaft in Deutschland gut, weil es einfach ein super starkes Produkt ist, etabliert ist. Wir haben aber auch gesagt, was haben wir? Wir haben mit Scholl und mit Marcel Reif einfach zwei Experten, die super meinungsstark sind und mit denen wir in der Vergangenheit eben auch schon gezeigt haben, dass wir tolle Sendungen produzieren können und gar nicht auf Lizenzmaterialien angewiesen sind. Und deswegen kann ich Carly nur beipflichten, wenn er sagt, dass wir total glücklich sind und eigentlich intern hier auch von der Traumkonstellation aus M und Digital Outer Form sprechen. Wir haben letztes Jahr hier einen Podcast direkt nach der Ausschreibung. Im August war sie, glaube ich, dann verkündet worden. Die Ergebnisse, wir waren damals noch, ich kann mich noch erinnern, mit deinem Kollegen Kai Trahmann bei der Phrasenmäher-Produktion mit Steffen Baumgart und haben die Ergebnisse abgerufen. Okay, was kommt denn? Wer hat jetzt was? Wir haben es danach eingeordnet. Ich habe mich dann gefragt, was muss gerade bei euch im Haus los sein? Also ich habe Kai gefragt, was passiert da jetzt gerade bei euch? Ich habe gesagt, wahrscheinlich werden die feiern. Wahrscheinlich werden die feiern. Aber nehmt uns nochmal mit in die letzten, sagen wir mal, ein, zwei Tage, bevor dieses Ergebnis dann noch klar wird. Ihr habt ein Angebot abgegeben. Was passiert in den letzten Tagen, Stunden? Genau, also ich glaube, man ist die ganze Zeit extrem angespannt. Das sind immer völlig außergewöhnliche Tage, Wochen, Monate, die sich dann in der eigentlichen Auktionsphase total zuspitzen. Man ist nervös, man ist angespannt. Und irgendwann, man bekommt dann ja von der DFL eine ganz offizielle E-Mail, in der bestätigt wird, ob man erfolgreich war oder nicht. Und als wir dann eben hörten, dass es von Erfolg gekrönt war, was wir gemacht haben, war es eine unfassbare Erleichterung. Aber man muss auch wirklich sagen, also die Anspannung, die Nico, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie eine Klausur, die du zurückbekommst, damals zur Schulzeit. Das ist bei mir ja schon länger her. Meistens waren die Noten da auch nicht so gut. Aber du hast ja trotzdem, um Fußballerspruch zu zitieren, vom Feeling her schon eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und wir waren uns schon irgendwie sicher, dass das, was wir angeboten haben, dass das funktionieren wird. Weil einfach, das kann ich echt immer nur wieder betonen, das Gesamtgebilde, Bild und jetzt sogar ja auch noch mit Welt zusammen, im Sportkompetenzcenter, das ist einfach so stark und so gut, dass wir, und auch natürlich den ein oder anderen Euro haben wir ja auch reingelegt, dass wir uns sicher waren, dass das klappen wird. Und deswegen sind wir mit einem besseren Gefühl ins Spiel gegangen, als die Nationalmannschaft, glaube ich, bei jedem, hier im ERM-Auftritt bisher. Was ich mich immer frage ist, wann kommt dann die erste Rechnung? Wann wird so ein Paket abgerechnet? Kommt dann einmal zum ersten Bundesligaspieltag jetzt in zwei Tagen? Oder ist das dann schon... Genau, das wird in verschiedenen Tranchen abgerechnet. Ich glaube, mittlerweile auch umgestellt auf eine monatliche Abrechnung. Und dann freut sich das Controlling. Wird das eigentlich Bitcoin bezahlt mittlerweile, Nico? Nee, noch nicht. Vielleicht im nächsten rechten Zyklus. Ich erwarte ja mindestens einen Krypto-Partner dann bei euch auf der Plattform. Hoffentlich. Schauen wir mal. Lass uns mal kurz über das eine Paket, über das wir noch nicht gesprochen haben, das Digital Out-of-Home-Paket. Das gab es nämlich vorher noch nicht so wirklich. Was ist das für ein Paket und warum hat es euch so besonders brennend interessiert? Genau, das Paket vielleicht erstmal ganz grob umrissen, was wir damit können. Also generell können wir im Digital Out-of-Home-Bereich, also so an semi-öffentlichen Räumen, Tankstellen, Supermärkten, Fitness-Centern, in der Innenstadt, in Einkaufszentren, Hotellobby, theoretisch Restaurants. Also überall da, wo man digitale Screens sieht, können wir jetzt auch da eben Zusammenfassungen der Bundesliga zeigen. Wir dürfen das immer nach der Free-Ass-Verwertung machen. Also sprich, die Sportschau hat sich ja weiterhin die Rechte gesichert und kann am Samstag die Sportschau zeigen. Wir können dann erstmalig am Samstag um nach Ende der Sportschau 20 Uhr live gehen und können dann bis zu 60-sekündige Zusammenfassungen der Spiele zeigen, Bundesliga und zweite Bundesliga. Für uns ist das so ein bisschen das Innovationspaket, weil das für uns halt genau dieses Mosaikstückchen war, das wir bisher noch nicht abbilden konnten. Wir waren bis dato in dem Digital Out-of-Home-Markt zumindest mit der Marke Bild und Sportbild noch nicht präsent. Bei der Welt ist es ein bisschen anders. Die sind da schon sehr lange auch echt erfolgreich unterwegs, sind glaube ich auf 25.000 Screens und haben das bisher sehr stark genutzt als Marketingkanal, um eben für die eigenen Inhalte auch letztendlich zu werben. Und wir haben gesagt, naja, wenn wir jetzt auch noch den Digital Out-of-Home-Bereich erschließen, dann haben wir halt wirklich dieses, eigentlich wollte ich es nicht sagen, 360 Grad, weil es so ausgelutscht ist. Aber wir sind doch die ersten, Nico, die jetzt wirklich mal 360 Grad sind. Das wird immer oft erzählt, aber wir sind 360. Genau, wir haben halt von Zeitungen und Magazinen hin zu unseren Online-Präsenzen, Social Media, Podcasts, linearen TV-Sender haben wir angesprochen. Können wir jetzt eben auch noch in diese schon jetzt attraktive Gleichung auch noch Digital Out-of-Home hinzumischen. Und das fanden wir einfach total spannend, weil wir auch glauben, dass gerade im Zusammenspiel mit dem Paket M, dass sich da einfach spannende Möglichkeiten ergeben. Weil das Paket M ist paid, Digital Out-of-Home ist free. Das ist natürlich für die Vermarktung auch spannend. Und natürlich kann man, je nachdem, an welchem Ort man sich befindet, wird das eher ein kurzer Moment sein, wie man da unseren Content konsumiert. Beispielsweise, wenn man an der U-Bahn steht, kann man beispielsweise 20 Sekunden lang eine Szene aus dem Spiel sehen. Das ist aber natürlich nur die eine Seite des Spiels. Dann hat man auch die Möglichkeit, nochmal Cross-Promo zu machen auf unsere Bezahlangebote und zu sagen, guck mal, wenn du Lust hast, alle Spiele zu sehen, wenn du Lust hast auf diese vielen Formate, die wir zusätzlich noch anbieten, dann komm zu uns, schließ ein Abo ab. Und das hat uns total fasziniert, dieser Gedanke. Nico hatte gerade gesagt, wir fanden es spannend, wir finden es immer noch spannend, gerade aus redaktioneller Sicht, weil es ist in der Tat Neuland für uns. Also wir haben das vorher in der Form noch nicht gemacht. Und da freuen wir uns einfach total drauf. Da wird vielleicht auch mal das eine oder andere Format dabei sein, was da nicht funktioniert. Aber es ist eine neue Spielwiese, auf der wir unsere Kreativität ausleben können. Und das eben, das finde ich ja auch so spektakulär in so kurzer Zeit. Also erzähl in 20 Sekunden eine Geschichte mit Lizenzmaterial, wo die Leute dann am besten vom Screen weggehen und darüber reden. Da haben wir halt große, große Freude dran, da Sachen zu entwickeln. Und da wird nach und nach werden da auch immer wieder neue Ideen dann reingespielt und kommen werden. Also Augen auf da draußen an der Litfaßhäule. Und vielleicht auch noch mal ein weiterer Punkt, der so ganz gut zeigt, mit was für einer Geschwindigkeit wir hier unterwegs sind. Wir hatten diese ja sehr anstrengende und dann aber ja vom positiven Erfolg gekrönte Ausschreibungsphase hinter uns gebracht. Und danach ist dann sehr, sehr schnell auch Framing mehrheitlich akquiriert worden. Mittlerweile gehört uns an dem Unternehmen 51 Prozent. Für die Zuhörer, die Framing nicht kennen, das ist letztendlich ein Marktplatz im Digital-of-Home-Bereich, der zum einen Werbetreibende, aber zu anderem eben Screen-Betreiber zusammenbringt. Weil ganz, ganz viele Screen-Betreiber, Tankstellen, aber vielleicht auch der Späti um die Ecke, die haben so ein Screen bei sich, wo beispielsweise eigene Produkte beworben werden. Aber richtig kapitalisieren können sie diese Screens nicht. Framing hilft eben, beide zusammenzubringen, Werbetreibende und Screen-Betreiber. Und die wachsen extrem schnell, sind jetzt in Deutschland schon auf über 20.000 Screens, sind mittlerweile in acht Ländern. In diesen acht Ländern, glaube ich, auf 40.000 Screens. Und dass wir da jetzt eben direkt auch den nächsten Schritt gemacht haben, zeigt, dass wir es auch im Digital-of-Home-Bereich eben, dass wir es da sehr ernst meinen. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Asset für uns und wird uns total helfen, im Bereich Digital-of-Home total anzugreifen. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Ihr habt die Party gefeiert, dass ihr die Ausschreibung gewonnen habt, muss man ja sagen, Paket M und Digital-out-of-Home. Jetzt geht die Arbeit ja erst richtig los, wenn man ehrlich ist. Weil jetzt geht es darum, Sendekonzepte zu bauen. Du hattest schon die Experten angesprochen. Carly, gehen wir mal rein. Wahrscheinlich Anfang September, denn wenn der Sommerurlaub vorbei ist. Was ist denn bei euch letztes Jahr passiert? Wie bereitet ihr euch jetzt vor, dass ihr jetzt pünktlich zu diesem Jahr mit einem redaktionellen perfekten Konzept starten könnt? Gestartet sind wir tatsächlich mit der, als wir das Recht dann hatten. Da wussten wir, okay, theoretisch ist es jetzt möglich, mit Abpfiff etwas zu zeigen. Ich hatte es vorhin erwähnt, im alten Rechte-Paket, was wir damals erworben hatten, noch Abpfiff, jetzt mit Abpfiff. So, und da ist die Gretchenfrage, wie machen wir denn das? Wer kann denn das? Wer kann uns denn da helfen, dass wir mit Abpfiff daraus sind? Und da waren wir dann in einem langen Technikprozess, auch in einer Ausschreibung, und da haben einen Partner gefunden, Nico, die sitzt in Hamburg, glaube ich, Sport Digital. Sporttainment heißen die genau. Sporttainment, genau. Die uns etwas sehr Innovatives präsentiert hatten und ein Versprechen abgegeben haben und gesagt haben, wir können unmittelbar mit Abpfiff euch da was anliefern. Und dann sind wir da in die Planung gegangen, mit denen auch in Gespräche, natürlich auch mit anderen, die auch Konzepte eingereicht hatten. Und das war so unser Kern. Wie können wir das gewährleisten und wie können wir das dann auch mit inhaltlichem Leben füllen? Aber es stand tatsächlich im Fokus, die Geschwindigkeit, die wir jetzt halt eben hoffentlich dann auch in zwei Tagen gewährleisten können. Aber wir sind guter Dinge. Und inhaltlich kommen sie halt vom Dienstleister. Wir werden aber, und darauf sind wir auch, freuen wir uns sehr und sind sehr, sehr stolz, nicht nur die Highlights direkt nach Abpfiff, sondern eine Show machen, die, da darf ich den Namen schon sagen, ja, ne? Bundesliga der Freitag am Freitag, Bundesliga der Samstag am Samstag und Bundesliga der Sonntag am Sonntag. Caro Einfach ist manchmal das beste stumpfes Trumpf, auch bei Bild. Und da werden wir mit Valentina Maceri, die in erster Linie die Sendung moderieren wird, und mit Corny Küpper. Küpper ist allen Fußballfans ein Begriff, nämlich sein Vater, der Kommentator-Legende. Corny tritt da in große Fußstapfen, aber füllt sie jetzt schon irre gut aus. Also Cornelius Küpper wird, können wir, glaube ich, hier haben wir noch gar nicht kommuniziert, aber euch verraten wir es, tatsächlich etwas Spektakuläres machen. Auch das zahlt wieder voll auf die Kernstärken von Bild ein. Er wird in dieser Show die Highlights, stellt es euch ein bisschen vor wie eine Sportschau vor, also die Spiele hintereinander, alle live kommentieren. Hintereinander weg. Und das war immer eine Idee, die wir hatten. Was gab es noch nie? Was gibt es weder im Ausland noch in Deutschland? Das war die Idee und wir hatten ehrlicherweise kaum geglaubt, dass das wirklich auch funktionieren. Kann, aber Corny hat uns das eindrucksvoll bewiesen und wirklich, mein Versprechen ist, schaut es euch Samstag diese Zusammenfassung an. Es bringt so ein Heiden-Spaß, einen jungen Blut-Kommentator zu sehen, der hintereinander weg, dann ja auch zwischen den Spielen dann auch wieder als Experte auftritt, das live kommentiert. Das ist wirklich spektakulär und bringt wahnsinnig Bock und wir werden da mit ein bisschen Splitscreen auch arbeiten, sodass man ihn auch dann da sehen kann, wie er das kommentiert. Das ist Sportschau 5.0. Ich muss sagen, da habe ich Heiden-Respekt vor. Man schimpft ja immer gerne mal, wenn man jetzt die EM guckt, über die Kommentatoren, wie man so einen Mist verzapfen kann, in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite, wenn man es wirklich mal gemacht hat, weiß man, wie unfassbar schwer das ist. Ich hatte mal bei der EM 2016 so eine kleine Möglichkeit, beim ZDF mal für fünf Minuten live mitzukommentieren, dass über so ein Stream lief bei ZDF. A, du hast dir fast in die Hose gemacht, weil du irgendwie in der Live-Situation bist. Ihr kennt das wahrscheinlich viel besser. Und B, du denkst dir, wie formulierst du das jetzt, dass jemand zu Hause das auch bildlich wahrnehmen kann, wenn du sprichst, diese Situation jetzt quasi in der Zusammenfassung live zu kommentieren. Gab es das schon mal irgendwo? Habt ihr euch das irgendwo abgeguckt, im US-Sport oder ähnliches? Oder entscheidet das auch auf jeder? Wir kannten es ehrlicherweise nicht. Manchmal entstehen wir hier dann auf der Dachterrasse beim Bierchen abends oder manchmal natürlich auch beim Kaffee morgens. Also wir kommen hier zum Glück viel zusammen und hatten auch zumindest in der Pandemiezeit in der Redaktion das Glück, dass wir doch immer genügend Leute hier waren, um auch zusammenzukommen, natürlich auf Abstand, aber auch da kreativ zu brainstormen. Und diese Idee in der Tat hatten wir nirgendwo bisher gesehen. Und dann haben wir gesagt, genau das ist der richtige Ansatz. Das ist Bild. Wir machen etwas, was es bisher nicht gibt. Und das ist dann das Ergebnis davon geworden. Und neben den Highlights, die halt eben unmittelbar nach Abpfiff entstehen, die werden so zwischen drei und vier Minuten sein, die klassisch kommentiert sind, wird es halt eben dann diese Show geben. Um 18 Uhr herum, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob es Viertel vor oder 18 Uhr wird, schauen wir auf jeden Fall vor der klassischen Sportschau, so viel kann ich versprechen, dieses Live-Erlebnis zu machen. Weil auch das ist etwas, was natürlich bei Bild, da haben wir dann wieder die Parallele zum TV. Unser TV-Sender wird extrem von dem Live-Event leben. Wir sagen immer, matzen können andere. Wir erzählen die Geschichte live. Und das sieht man ja auch, wie Julian Reichelt das immer betont. Wir werden viel mit Breaking machen, also live, live, live. Und da wollten wir auch in ein sonst ja klassisches WOD-Format, weil es ist ja eigentlich am Ende des Tages ein WOD-Format, aber auch diesen Live-Gedanken mit reinbringen. Und das ist uns mit der Idee gelungen. Und ich kann auch nur hoffen, dass Corny die 34 Spieltage durchhält. Ich hoffe auch, dass euer Dienstleister die 34 Spieltage durchhält, weil wenn man etwas in externe Hand gibt, dann sind wir nur bei 359 Grad, nicht bei 360 Grad. Aber ist das vielleicht auch für euch der nächste Schritt, dann diese Produktion, diese Highlights selbst zu machen? Ich glaube, das steht momentan überhaupt nicht zur Diskussion, weil wir total froh sind, dass wir einen Partner, mit dem wir übrigens schon sehr lange zusammenarbeiten, ganz witzige Randnotiz. Wir sind, glaube ich, schon vor über zehn Jahren mit den Kollegen haben wir zusammengearbeitet, damals für die Sportbild. Immer direkt nach Ende der Saison gab es, vielleicht werden sich die Älteren unter euch daran erinnern, immer ja die schöne DVD, wo dann die besten Tore der Bundesliga zusammengestellt wurden und die wurden tatsächlich, also Sonntag Bundesliga zu Ende und schon am Mittwoch war im Heft die DVD letztendlich beigelegt und die kamen witzigerweise auch von dem Dienstleister und das war... Darf ich die schnellen Zeitkicker zählen? In Berlin hat vorgestern die letzte Videothek dich gemacht. Nein. Das merkt man nicht, wie alt wir mittlerweile geworden sind, weil du DVD ansprichst. Das ist doch so, oder? Ich meine, das Date begann ja quasi in der Videothek, als man sich dann doch entschieden hat, wir schauen heute wieder vom Winde verweht, aber egal, sorry, hat mit dem Thema gar nichts zu tun, aber damals war das halt auch wirklich super schnell, aber dass wir jetzt mit dem Dienstleister da die nächste Stufe zünden können und von relativ schnell zu extrem schnell hingehen, freut uns alle total. Wir haben jetzt einen Vertrag unterzeichnet und deswegen gibt es da überhaupt keine Gedanken aktuell, das hier intern zu machen, sondern wir haben uns ganz bewusst für den Dienstleister entschieden, weil wir der Meinung sind, dass wir das zusammen mit denen einfach super hinbekommen werden. Schade übrigens um die 12 Euro, die noch auf meiner Videothekenkarte drauf ist. Bei mir haben die Eckart auch eine Videothek zugemacht und was kommt rein? Ganz klassisch, eine Wettbude. Ein Tipico-Laden kommt rein, Tipico wird auch Partner der Sportschau. Lass uns mal über Vermarktung sprechen. Wer werden denn eure Partner sein, die euer rechte Paket idealerweise refinanzieren mit ihren Sponsoring-Euros? Ja, genau. Ich glaube, du weißt ja, wie der H so läuft, weil du, glaube ich, ja vorher selber an der Vermarktung gearbeitet hast bei Sport5, wenn ich richtig informiert bin. Du bist besser informiert als ich. Ja, absolut. Das ist ja immer so, dass diese Vermarktungsgespräche beginnen, dass das ja auch nicht immer von jetzt auf gleich geht, sondern dass man da auch ein bisschen überzeugen muss. Wir haben extrem viele Gespräche, wir haben auch schon neue Kunden, die dabei sein werden, worauf wir uns sehr freuen. Eines der Partner ist beispielsweise August Stork, die mit der Marke Knoppers werben werden, es aber auch schon getan haben. Die waren jetzt erstmalig bei der EM dabei und die werden auch bei der Bundesliga dabei sein. Ein weiterer Partner wird Intersnack sein, die werden mit der Marke Funny Frisch werben, worüber wir uns sehr freuen und es gibt aber auch diverse Gespräche mit Bestandskunden, beispielsweise mit Hook, mit der WWK, mit Bitburger, mit, du hast Wettanbieter genannt, Bwin beispielsweise, Tipico und das wird, erfahrungsgemäß kommen da dann die Unterschriften immer in den, ja, in den Wochen vor der, bevor es dann auch wirklich losgeht und wir sind da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir dann auch bald hoffentlich die finalen Unterschriften haben werden. Wahrscheinlich, wenn wir den Podcast rausbringen, wird alles gepflastert sein mit Marken, aber auch nicht überpflastert wahrscheinlich. Wie werden denn die Partner integriert? Also was für Rechte kann ich denn kaufen? Gibt es was Besonderes? Gibt es irgendwas, was wir so auch noch nicht gesehen haben? Ja, also ganz wichtig war es uns einfach zu sagen, wir wollen dieses Asset, das wir haben, nämlich die verschiedenen Marken und die verschiedenen Gattungen, das wollen wir einfach allen Partnern anbieten. Also wir sind weggegangen von, du kannst auf bestimmten Marken buchen, wenn ein Kunde das möchte, dann finden wir natürlich immer Wege, aber grundsätzlich sind die Pakete so strukturiert, dass wir gesagt haben, es gibt ein Paket, das nennt sich Alle Spiele, Alle Tore. Da kannst du im Videobereich vor allen Highlights stattfinden. Wir haben aber natürlich so Sachen auch im Videobereich, wir nennen das Cut-In-Formate, L-Frames, was man eben auch aus dem TV kennt, die wir im Videobereich anbieten. Wir haben aber gesagt, Alle Spiele, Alle Tore ist natürlich, Video ist aber noch viel, viel mehr. Wir haben Live-Ticker mit sehr hohen Abrufzahlen, das heißt, du kannst eben auch im Live-Ticker-Umfeld displayseitig dabei sein, du kannst natürlich auch im Print-Bereich dabei sein, indem du die Tabellen und die Ergebnisse dann beispielsweise in der Bild am Sonntag, in der Welt am Sonntag oder am Mittwoch in der Sportbild präsentierst und du kannst natürlich Alle Spiele, Alle Tore auch im Digital-Off-Home-Bereich zeigen, weil das dann sozusagen der 360-Grad-Ansatz ist, von dem ich eben sprach. Das heißt, ein Partner setzt sich auf dieses Alle Spiele, Alle Tore-Paket und ist dann bei allen Marken auf allen Gattungen dabei. Von dem Paket gibt es, glaube ich, insgesamt drei, die angeboten werden. Dann gibt es das spektakuläre neue Format, von dem Carly eben sprach, mit Conny Küpper, Bundesliga der Freitag. Da werden Partner auch dabei sein können. Da gibt es ebenfalls zwei Pakete. Es wird dezidierte Experten-Pakete geben mit Reif und mit Scheu. Das können wir schon beraten. Reif ist live, wird zukünftig erste Ausstrahlung im TV haben, immer Montags von 8 bis 9 und Freitags von 8 bis 9. Also den Spieltag abbindend am Montag und vorbereitend am Freitag. Genau. Und das war so ein Thema, wir wussten die ganze Zeit, das kann kommen und es wird sehr wahrscheinlich kommen. Es war aber eben noch nicht offiziell verkündet. Deswegen sind die Pakete zum Beispiel noch nicht verkauft. Also die Experten-Pakete gibt es aber jetzt noch zu haben und man kann jetzt eben zusätzlich auch noch im TV stattfinden, was natürlich unsere Vermarktung jetzt nochmal, ja, viele Gesprächsanlässe hoffentlich geben wird. Und ich habe eben angesprochen, dass es halt sehr, sehr viele individuelle Pakete geben wird. Dezidiert auf Wettpartner zugeschnitten. Wir haben auch Überlegungen, dass man Breaking-News-Pakete macht. Also wir sind da wirklich total offen und richten uns da auch nach den Wünschen unserer Kunden. Und das Schöne ist einfach ein Bewegbild. Du kannst halt eben noch kreativer werden als auf allen anderen Plattformen. Also Bewegbild ermöglicht auch die Product-Placement-Möglichkeit, die wir in der Form so eigentlich die letzten Jahre noch nicht forciert haben. Das wird jetzt aber auch möglich sein. Fans von Reifes Live werden sich natürlich an unsere großartigen Schüttel-Auftritte von Müllermilch damals erinnern. Also auch da ist durchaus noch Lernpotenzial bei uns vorhanden. Ich fand es nach wie vor völlig in Ordnung, aber da werden wir uns auch weiterentwickeln. Aber es wird eben tolle Tiefenintegrationen auch für Kunden geben im Bewegbild, was wir halt früher auch noch nicht so anbieten konnten. Und eine Sache ist aber auch, das ist das Gleiche wie das Redaktionelle, gilt es auch dafür, die Vermarktung, dieses 360 Grad. Aber bleiben wir beim Beispiel Reif. Das ist halt von 8 bis 9, ist das dann halt live im TV zu sehen. Die besten Aussagen, die herzesten Meinungen von ihm, die werden dann digital stattfinden und auch wie in gewohnter Manier, bereits ja jetzt schon, dann auch im Print. Also wir werden halt eben die Möglichkeit... Und den Podcast. Und der Podcast, ja. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt auch den Podcast nicht vergessen. Nein, der Podcast ist fast das Wichtigste. Deswegen versuchen wir in der Moderation immer die Zuschauer und Zuhörer anzusprechen. Das gelingt Walter-Maria Straten besser als mir, kann ich an der Stelle sagen. Er denkt wirklich immer dran. Daran merkt ihr halt eben, und das bringt halt eben so Bock hier, dass du halt eben nicht nur für eine Plattform irgendetwas herstellt, sondern möglicherweise ist der primäre Ausspielort ist eine Plattform und dann profitieren aber alle anderen davon. Und das finde ich so faszinierend, einfach hier in der Marke und an die Möglichkeiten, die wir haben. Und das kann eben außer uns auch keiner. Das muss man einfach mal deutlich so sagen. Also dieses, wie du gerade gesagt hast, ihr seid schnell, ihr seid sehr, sehr schnell. Das merken wir auch. Wir, muss man ja auch hier für den Disclaimer sagen, wir arbeiten ja auch zusammen mit dem Podcast, dass wir euch da unterstützen bei Reifes Live oder bei Jetzt kommt Scholl. Diese Geschwindigkeit, die kann schon manchmal auch sehr, sehr schnell sein. Auch was Änderungen angeht, jetzt ist es ja so, das war jetzt kein Seitenhieb, das war einfach nur Fakt. Ich höre etwas Überforderungen in deiner Stimme. Wir schauen das einmal nach einem anderen Dienstleister auf. Bisher hat ja alles super geklappt. Worauf ich hinaus wollte ist, dieses emsige Treiben, das bei euch hier im Haus auch herrscht, wenn man reinkommt. Es laufen sehr viele Leute rum, wird jetzt wahrscheinlich zum Bundesliga-Spieltag, zum Auftakt nochmal besonders sein. Kannst du uns mal verraten, wie viele Leute arbeiten an so einem Spieltag mit, damit am Ende ich mich auf die Couch setzen kann, den Fernseher anmachen kann und eure Sendung angucken kann? Der Dienstplan wird Samstag, Sonntag. Also ich kann es mir ganz persönlich, ein freies Wochenende wird es die nächsten Jahre erstmal nicht mehr geben. Samstag, Sonntag ist Primetime und das gilt halt für die komplette Videoabteilung, wo wir fest angestellt, oh Gott, Nico, korrigiere mich, bestimmt 15, 16 Leute haben, die tatsächlich aus dem Sport Video machen. Da ist jetzt mal das komplette TV-Thema mal außen vorgelassen. Die treten dann am Sonntag auch noch hinzu, uns da zu unterstützen. Die Redaktion selber ist mit allen Außenreportern, also roundabout lassen es 100 Leute am Wochenende im Einsatz sein, um unsere Plattform alle zu bespielen. Und wir werden halt, also natürlich gibt es hier auch eine große neue TV-Abteilung, wobei wir alle ja TV sind, aber auch die sich originär halt um die TV-Ausstrahlung kümmern. Den Großteil der Sportformate macht auch tatsächlich die Sportredaktion. Also das lassen wir so ein bisschen bei uns in der Hand und auch immer mit Gesichtern, die man kennt. Also die Moderation wird von Bild-Leuten gemacht werden. Scholl und Reif halt eben als Experten, aber wir werden auch sehr viel, unsere Power, Christian Falk ist zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel, der auch einen erfolgreichen Podcast, wir kommen immer wieder auch zum Thema Podcast hat. Den Bayern-Insider. Genau, den Bayern-Insider. Und wir werden ja, wir werden ja echt bekloppt, wenn wir solche Erfolgsformate nicht auch ins Bewegbild übertragen werden. Also das kann man glaube ich an der Stelle jetzt auch verraten, dass Christian Falk auch an so einem TV-Sonntag, der ja im Zeichen des Sports stehen wird bei Bild TV, wird Falki da auch eine zentrale Rolle spielen, auch eben vor der Kamera. Und das bringt halt eben auch, da nochmal so Bock zu sehen, wir haben das alle mal nicht gelernt, aber wir können es alle mittlerweile. Das ist irgendwie auch nur Bild, wir stellen halt eben nicht Leute ein, die aus dem Fernsehen klassisch kommen, sondern wir machen jetzt einfach Fernsehen. Und das ist ein bisschen anders und hoffentlich ein bisschen besser als von allen anderen Sendern, die wir kennen. Ja, wir werden auf jeden Fall dann nochmal, wenn wir uns vielleicht auf dem Spobis sehen, im September nochmal darüber sprechen, wie die ersten Sendungen verlaufen sind, wie die ersten Wochen waren. Wahrscheinlich muss sich viel das am Anfang auch erstmal nochmal einspielen. Jetzt will ich einmal dich aus redaktioneller Sicht ansprechen, Carly, und dann gleich dich nochmal aus der Vermarkter-Sicht, Nico. Wann ist für dich Bundesliga bei Bild ein Erfolg? Wenn es uns Bock bringt, wenn es den Leuten draußen Bock bringt, wenn die Leute das Gefühl haben, Scheiße, ohne Bild kann ich Bundesliga gar nicht mehr konsumieren. Ich muss Bild haben, um die Bundesliga so genießen zu können und eben nicht nur durch die alten klassischen Kanäle. Und Ziele, die wir uns intern, aber da muss ich dann auch mal sagen, da muss ich jetzt auch mal den Spielverderber spielen, also die internen Ziele, die wir hier haben, die werde ich jetzt hier nicht kommunizieren. Aber natürlich werden auch wir ganz klar in Zahlen gemessen. Wenn wir die erreicht haben, dann kann ich zumindest besser schlafen. Aber das klingt ein bisschen pathetisch, aber es geht mir wirklich darum, ich möchte einfach, dass den Spaß, die Freude, die wir haben, diese Produkte herzustellen, dass sie draußen meinem Kunden ankommen. Und ich glaube, wenn wir hier die Spaß und die Energie am Job nicht verlieren, dann kommt das draußen an. Und dann wäre es für mich ein Erfolg. Wir wollen Bundesliga anders erzählen, als es alle anderen bisher gemacht haben. Und ich glaube, das wird uns gelingen. Christian Vermarkter spricht ja auch von der Bundesliga neuer Leben. Ich finde, das bringt es eigentlich echt auf den Punkt. Ich wäre, um auf deine Frage zurückzukommen, happy, wenn unsere Nutzer wirklich glücklich sind, weil ich glaube, das ist einfach die Grundvoraussetzung. Wenn wir einen guten Job machen, unsere Kunden glücklich sind, dann wird sich das bezahlt machen in Form von vielen Nutzern, die Abos abschließen und natürlich auch von Werbetreibenden, die wir dann, glaube ich, einfach auch anzünden, weil die merken ja, wird da etwas mit Liebe gemacht oder wird da nichts mit Liebe gemacht? Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das hier alle gemeinsam mit extrem viel Liebe machen. Und ja, ich glaube, ich bin ganz am Anfang auch schon so ein bisschen darauf eingegangen. Für mich wäre es dann in der Schlussfolgerung am Ende ein Erfolg, wenn wir sagen, wir haben es einfach hinbekommen, das ganze Thema auch aus kaufmännischer Sicht zu refinanzieren. Das ist ja echt ganz einfach. Wenn wir nach der ersten Saison wieder so einen Abend haben wie nach dem rechten Paket, also bis morgens um halb fünf durchfeiern, dann war es ein Erfolg. Wir werden euch Fotos schicken und informieren, wie lange wir Party gemacht haben. Gut, dass wir einen Podcast sehen und auch nur Audio haben, weil da wird sicherlich nichts aufgenommen werden an dem Tag. Wir drücken euch auf jeden Fall dafür, die Daumen, dass das alles funktioniert, wie ihr es euch vorgenommen habt, dass es sich A für die Fans lohnt, reinzuhören, reinzugucken, reinzuschauen, dass es sich B lohnt für die Partner, die ihr mit dabei habt, dass es sich für euch lohnt am Ende des Tages und die nächste Ausschreibung kommt bestimmt. Die letzten Worte gehören unseren Gästen hier im Podcast. Kalli, was liegt dir noch auf dem Herzen in Richtung Sportbusiness zu kommunizieren? Ihr alle da draußen, schreibt euch hinter die Ohren, Abpfiff im Stadion ist Anpfiff bei Bild. Das ist ein guter Punkt nochmal tatsächlich. Das wird nämlich auch marketingseitig der Claim sein, mit dem wir rausgehen werden, dann rund um den Bundesliga-Start. Ich kann auch verraten, dass wir sehr wahrscheinlich sehr attraktive Angebote, auch Jahresabos, anbieten werden. Das heißt, für die von euch, die bisher mit dem Gedanken gespielt haben, ein Plus-Abo abzuschließen und sich vielleicht noch nicht getraut haben, wir werden da zum Anfang mit einem sehr, sehr attraktiven Angebot um die Ecke kommen. Wir sagen mal so, das können wir verraten, es wird die billigste Dauerkarte der Bundesliga-Geschichte sein. Genau, und deswegen, ja, probiert es einfach mal aus, schaut rein, wir glauben, es lohnt sich. Vielen Dank, Carly, vielen Dank, Nico, macht's gut und ciao, ciao. Danke euch, servus. Danke. Der Sportsmanic-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.